Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück. Hallo, ich begrüße Sie herzlich beim Pretty Nail Shop. Mein Name ist Hannah und in diesem Video können Sie sich über das Aufbau Gel Rosé Wellness Collection informieren. Das Aufbau Gel Rosé der neu entwickelten Wellness Collection vereint alle Eigenschaften für eine stabile Verstärkung mit einem cremigen Rosa für den Naturell Look. Sie haben den Vorteil, dass Sie kein zusätzliches Camouflagegel mehr benötigen, sondern Aufbau und zarten Porzellate in einem Arbeitsschritt modellieren. Tragen Sie dieses mittelviskose Aufbau Gel daher nach der Grundierung mit Grundiergel in einer bis zwei Schichten auf und versiegeln Sie nach dem Aufbau mit Versiegelungsgel. Durch seine honigartige Konsistenz ist das Gel standfest ohne zu verlaufen. Sie zieht sich von selbst glatt und lässt sich sehr gut ausarbeiten. Neben Naturnagelverstärkung sind auch schwebendes Modellieren und Verlängerungen über der Schablone kein Problem. Sie erhalten dabei ein cremig rosé abgedecktes Nagelbett, wodurch sich beste Voraussetzungen für optische Verlängerungen und ein natürliches French an Hand und Fuß bieten. Das weiße Gel für die Nagelspitzen wird dabei über den Aufbau gesetzt. Das Aufbau Gel Rosé Wellness Collection wird zwei Minuten im Lichthärtungsgerät ohne Hitzeentwicklung ausgehärtet und muss anschließend versiegelt werden. Durch seinen hohen Tragekomfort ohne Spannungs- oder Fremdgefühl haben Sie kein unnatürliches oder unangenehmes Gefühl auf dem Nagel. Beste Voraussetzungen, damit Sie sich rundherum wohlfühlen werden. Dieses und acht weitere Gele der Wellness Collection finden Sie exklusiv bei uns im Online-Shop unter www.prettynailshop24.de oder in unserem Store in Tankstedt. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Herzlichst, Ihre Hannah Herzlichst, Ihre Hannah Ich liebe die Nacht und 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 ich liebe die Nacht.